Luxuspensionen der Beamten, für die ein gesetzlich versicherter Bürger bis zu 78 Jahre arbeiten müsste. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Focus Online berichtete am 16. Oktober 2022 über die Höhe von Beamtenpensionen und wie viele Jahre ein gesetzlich versicherter Bürger in der Rentenkasse arbeiten müsste, wenn er vergleichbare Pensionen, Altersrenten erreichen wollte oder möchte. Im Kern sagt dieser Beitrag von Focus Online, dass Pensionen von Beamten in Deutschland grundsätzlich höher sind als gesetzliche Altersrenten. Eine Anfrage im Innenministerium zeigt, dass ein gesetzlich versicherter Bürger bis zu 78 Jahre arbeiten müsste, um ähnliche Altersbezüge zu erlangen. Focus Online trifft folgende Kernaussagen. 1.897 Euro, so hoch ist die Mindestversorgungspension für Beamte nach fünf Jahren Arbeit mit Familienzuschlag. Stand 2021. Gesetzliche Rentenversicherte müssten, um eine vergleichbare Altersrente in Höhe von 1.897 Euro zu bekommen, rund 52,6 Jahre arbeiten. Dies geht aus einer Antwort des Bundesministeriums aufgrund einer Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer hervor. Die Durchschnittsrente der gesetzlichen Rente in Deutschland betrug 2021 sage und schreibe 778 Euro und ist gut 1000 Euro geringer als die Mindestversorgung von Beamten, die bei rund 1800 Euro ohne Familienzuschlag besteht. Um die tatsächliche Durchschnittspension der Beamten zu erreichen, die höher ist als die 1800 Euro Mindestpension, müssten Arbeitnehmer mit einem Durchschnittseinkommen von 41.500 Euro rund 78 Jahre arbeiten. Bei einer Durchschnittspension von 4.973 Euro für Beamte im höheren Dienst sind es sogar, jetzt halten Sie sich fest, 145 Jahre, die ein gesetzlich Versicherter arbeiten müsste, um eine vergleichbare Rente erreichen zu können. Der Axel Springer Verlag spricht von einer Privilegierung von Beamten, die nicht mehr zu vermitteln ist. Der CDU-Sozialpolitiker Radke spricht von einer Zweiklassengesellschaft. Bild-Zeitung sagt, Altersarmut unter gesetzlichen Rentnern ist eine tickende Zeitbombe. Nein, meine lieben Beamten, keine Neiddebatte, die wir hier führen, sondern eine Debatte um dringende notwendige gesellschaftliche Änderungen. Unter anderem die Abschaffung der Beamtenaltersversorgung und die Überführung der Beamten und auch Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung. Wir oder ich zeige auch mit diesem Beitrag in eine klaffende Wunde. Deutschland kann sich zwei Rentensysteme, von denen die Beamten deutlich übervorteilt sind, nicht mehr leisten. Wir können uns auch die dritte Krankenversicherung für die Beamten, nämlich die Beihilfe, auch nicht mehr leisten. Sie verschlingt Milliardenbeträge, die wir als Steuerzahler zusätzlich zu den Pensionen auch noch zahlen müssen. Deshalb fordere ich einen Systemwechsel, eine gesetzliche Rentenversicherung für alle, in die auch Beamte einzahlen und auch eine einheitliche Krankenversicherung, in die alle einzahlen. Erst wenn wir die gesetzliche erwerbstätigen Versicherung in beiden Bereichen haben, wird es keine Luxusbeamtenpensionen mehr geben und damit auch keine dieser geführten Debatten um die Sinnhaftigkeit einer Beamtenpensionierung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank. Vielen Dank.